Also wissen Sie, ganz allgemein heißt es ja da und dort, die Tradition der großen Samstagabendunterhaltung sei bedroht. Wissen Sie ja alle, der Frank Elsner hört auf und der Thomas Gottschalk. Also zu 99,9% wird er im Jahre 1999 wetten, dass er es nicht mehr machen. Und ich meine auch Michael Schanze und Rudi Carell, ob die im Jahr 2025 noch Samstagabendsendung machen? Wer weiß das ja.